Hallo und herzlich willkommen zurück zu Curdlery auf meinem Kanal Curdlery und zum Let's Play von ManEater. Oh yeah, wir haben jetzt unser geiles Pizwolder. Ich hab's nicht getestet, das machen wir heute. Leute, wenn euch dieses Video gefällt, lasst du gerne Like und Abo da und schreibt gerne was in die Kommentarbox, das würde mich sehr freuen. Und da ist unser erstes Opfer einer Alpino-Wilds. Er hat nicht lange gelebt. Er hatte keine Freude am Leben, das verspreche ich euch. So, tötet's. Ach, zacken. Problem. Das können wir doch machen. Ja. Meine Nase juckt. Bois. Ja. La 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 la. Erstmal ein kleiner Wilds für unterwegs. Und nochmal ein kleiner Wilds für unterwegs. Ja. Als meine Kleinigkeit gegessen, wisst ihr. Aber wie komme ich am gescheitesten hin? Da? Muss ich ja springen. Und dann sind wir da. Wilds, dicker Wilds. Ja, doch, da blitzt so ein bisschen, wenn ich zuweiß. Das ist interessant, wie das da so läuft. Not bad. So, hallo. Gelli, ist ja was los. Aber gut, hallo. Du hast ja gar kein Leben mehr. Ja. Drei Stück auf einmal. Rüttel. Hier, mein Jutsu an hier, damit du alles sehn. Oh, da ist ne Box. Moment. Bin sofort da. Danke. Jetzt können wir weitermachen. Ja. Ich brauche auch keinen. Brauche ich nicht. Also, ich bin ein Level ohne die, du Ali. Ich töte euch alle. Ihr seid mir alle unterlegen. Gibt mir deine Seele. Alligatores, gib mir dein Fleisch. Ja, ich auch so. Hat sich auch echt, ne? Turi-Boot. Warte, ist das mein Ziel? Das ist ein Ziel für mich. So, ist das Ziel? Braucht das mein Ziel? Ja, lol. Warte. Zwei Ziel auf einmal, Leute. Das können doch nicht, Mann. Warte. Ich kümmere mich schnell um die Barsche, ja? Und dann bin ich für euch da. Meine lieben Touristen. Ich will euch eine Show bieten, die ihr niemals vergessen werdet. Aufmerksamere Augen, da sehe ich nicht so viel. Nein, brauchen wir noch. So, guck mal hier. Da, du bist es geworden. Herzlichen Glückwunsch. Fortschritt. Ja, abgeschlossen. Gut, Punkte, wa? Oh, hallo. Tourismusboot. Und es geht. Ah, look at that. Die haben ja Waffen. Die sind ja Jäger. Das ist mein Ziel hier. Ey, ich wollte ja einen rausziehen. Lass mich dich rausziehen. Ja, ich könnte das Boot zerstören. Könnte ich. Shoot. Alter, der killt nicht noch. Braun Wels, schnell. Medikit Wels. Gib mir das. Jetzt sind wir wieder ein bisschen. Wo ist hier mal was? Da. Nackenbarsch. Nackenbarsch, gib mir das. Jetzt gib mir doch mal deinen Arsch, Junge. Ich hab Bock. Okay. Ja. Anderle, anderle. Ich bin ja gar nicht böse, weißt du. Das ist es ja. Barracuda. Barracuda Time. Gib mir mal einen Snack, bitte. Ich hab Hunger. Oh, gib mir das. Oh, yeah. Mal alles schön geregelt da. Wieder ausgewachsen. Bin ich ausgewachsen? Bin ich ja gar nicht. Bin ein kleiner Teenager. Mit Level 7. Weil sie ab Level 10 direkt ausgewachsen ist. Kann ja sein. Boah, hier geht wahrscheinlich nichts. In der Zeit müssen wir halt den Sumpf leben. Ich weiß ja auch nicht, wie wir das hier klären. Wo bist du da oben? Bin da. Oh. Das ist doch nicht dein Ernst. Da komm ich nicht dran. Da komm ich doch nicht dran. Dann nehm ich da da. Was auch immer da unten ist. Was ja, wie ich da hinkomme. Wie komm ich da hin? Komm nicht da. Wie komm ich da hin? Da ist noch ein Tor, was ich wahrscheinlich nicht öffnen kann, weil ich zu low bin. Ja, absolut korrekt. Aber hier mit Open World ist hier nicht so viel, ne? Machen wir ihn jetzt noch? Oder was kann ich jetzt noch tun? 28, ich höre ich 46 Prozent. Guck's dir einfach an. Der Golf. Er ist nett. Hier in der Golf, da will ich glaube ich hin. Guck mal an die Lok hier, was hier abgeht. Wo ist das? 900 Meter. Wo sind das? Komm ich da hin? Eine lange, lange Fahrt, Leute. Eine lange, lange Fahrt. Eine lange, lange Fahrt. So. Das war zu früh. Ja, ging. Ging. Alles gut. Also, nein. Wir haben ja schon mal miteinander geredet, ja, ne? Das ist eine Box. Wenn er da abhauen könnte. Hab ich noch nie erlebt. Gleih rein. Weil da ist eine geile Box, die würde ich gerne mitnehmen. Für schlechte Zeiten und so. Oh yeah. Ja. Ja. Ich werde ja auch der größte Hai, den es gibt. Hab ich gehört? Verlässliche Quellen beschädigen das. Ein Alligatores. Hallo. Gib mir doch mal bitte dein Fleisch, weil ich hab ein bisschen Hunger jetzt. Und wieder so ein Doppelkampf, weil er es alleine nicht mehr hinkriegt, ne? Das ist mir ja wieder klar. Du bist tot. Ali. Du bist tot. Du auch nochmal, oder was? Ah, der löst es ja. Snack. Ein Bissen, dann war das Ding weg. Der ist ein bisschen größer werden kann. Da wollen wir doch mal weiter. Was ist das hier? Ein Tretboot. Sind da Menschen drauf? Ah. Ah. Nice. Ja, Shark. Ein kleiner Shark. Gib mir dann falsch, Junge. Ich brauch mal was zum Knabbern. Alles klar. Wenn wir darüber gesprochen haben, macht's gut. Tschüss. Ein Ali. Und noch ein Ali. Oh, das ist der dickere Ali. Weiß ich nicht, ob ich mich da sehe. Da kann ich rein. Das sind ganz viele Leute. Ganz viele. Probier's gegen Level 15, Ali. Aber erst muss ich die kleinen, kleineren Fische hier beseitigen. Oh, der nimmt mich schon hart auseinander, der Kugel. Mehr. Warte, da ist noch Fleisch. Das würde ich gerne mitnehmen. Ja, jetzt können wir nochmal reden. Komm, gib mir. Gib auf. Ist schon halb down. Irgendwo ein Wels für mich. Da. Den nehme ich mit Freuden. Oh mein Gott, ich bin tot. Nein. Respawn. Ist mir noch nie passiert, Leute. Da hab ich mich ein bisschen überschätzt. So viel. So viel. Hoffe ich mal, dass das nicht so ist. Hallo an, Alter. Hat mir das jetzt irgendwas gekostet? War das jetzt ein teures Respawn? Nö. Keine Einlosen. Das nice. Das nice. Hallo, der bisserl. Klack, 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 klack. Albino Alligator. Der sieht krass aus. Ja, der sieht krass aus. Und natürlich teilt der aus. Deh nix. Oh, ich muss mich beeilen. Bei schneller zu, schneller. Nein. Auf abzuhauen, oder willst du hin? Nein. Du hast ein Freund geholt. Du hast ein Drecksfreund geholt. Das finde ich eine Ordnung für dir, du Albino. Ich muss kurz Abstand gewinnen. Ich brauche nämlich Heilung. Oh, die Schildkröder halten, glaube ich, nicht so stark. Nicht wahr? Ich brauche hier mal irgendwas. Hier, guck mal her. Der Wels, der Wels muss mich heilen. Und dann gehen wir nochmal für den Albino. Schwimm da nämlich. Da. Da. Der Sack. Der Wett 13, kein Problem, weißt du. Aber alles andere. Ja. Nice. Hier, hör auf, mein Zeug zu klauen. Ja. Junge. So, habe ich alles. War ein sehr guter Snack. Sehr guter Snack für zwischendurch. Komm mal mitnehmen. Tretboot. Tretboot interessiert mich jetzt eigentlich weniger. Ja, da ist ein Zeichen drauf. Warum ist da ein Zeichen drauf? Weil ich nur zum Moment töten muss. Ach so. Ja, na dann. Du bist quasi ein Stammgast bei Flamingo Joes. Nice. Das heißt, es sei eine Touristenfalle, aber es ist der einzige Ort, an dem ich noch bedient werde. Aha. Und an dem man einen anständigen Sazerac bekommt. Was ist denn ein Sazerac? Oh, Barracuda. Willst du spielen? Nee? Alles klar. Der wollte spielen. Ich habe es gesehen. Der wollte. Ich habe nicht Bock gehabt. Ein Mundbügel zerstöre das Tier. Nee. Muss ich jetzt nicht haben. Level 8 auf jeden Fall noch. Irgendwie. Wo? Irgendwann. Da ist ein Tor. Auf der anderen Seite dieses Etablissements. Oder? Weiß schon. Sieht komisch aus. Da ist eine Kiste. Ja, das ist schön, dass da eine Kiste ist. Sag mir lieber mal, wie ich da hinkomme. Ach, Schiff, gib mir den Sack. Da. Da ist ein Tor. Das nehme ich jetzt. Hallo, meine lieben Freunde. Oh, geht's hier lang. La, 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 dungeon time. La, la, es ist unheimlich hier. Oh, hallo. Das ist schon ein Barracuda-Time. Ja, dann machen wir das doch. Das mache ich doch mit Freuden. Freunde. Wenn ihr das unbedingt wollt, mache ich das. Das ist kein Problem. Ja, ja, die Barracuda. Level 8, ja! Ich habe immer noch Teenager. Wahrscheinlich ist es wieder mit 10. Er ist groß. So, habe ich euch jetzt allen aufgezeigt, wie das hier läuft, ja? Hi. Hi, komm, beruhig dich. Danke. Danke, bester Mann. Hi. Da ist eine Story. Doch da. Parkplatz für Pätzen. Hoppla. Hoppla. Oh, was? Was ist denn ja los? Warum? Ich will hier rein. Pack ich ein, du mal wieder hier rein. Weil es so schön kuschelig ist. Oh, hallo, meine Freunde. Los. Wer reibt denn hier durch wie so eine Nutze? Ah ja. Ah ja. Kein Problem, denke ich. Nur viele. Die slappt mich ganz schön hart. Oh, mein Gott, nein! Ich brauche mal noch einen Barsch zur Heilung. Zwei Stück, das ist frech. Sind die so aggressiv, weißt du? Muss mal ein Blitzmaul, wenn ich es brauche. Ja! So, jetzt bist du am Arsch, weil du alleine bist, mein guter Alligator-Freund. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Gucken wir noch mal zwei von den Barschen, die töten, dann ist doch alles gut. Na, der kommt nicht nur raus, wenn ich ausgewachsen bin. Ähm... Ja! Töne den Spitzenpredator. Oh, Maracudas! Und... Mega stark. Oder? Bin ich denn? Fünf Menschen. Gucken wir das noch hin? Ja. Gucken wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Wenn ich hier gescheit rauskomme. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Da ist ein Alligator. Na klar! Oh, ich kann jetzt hier meinen Slap machen. Das wusste ich nicht. Oh, der kann den aber auch machen. Oh, ja! Nice! Schöne Häppchen essen, Alter. Schöne Häppchen. So. Wo geht hier die Party? Hallo, Wales! Sind ja... Keine Ahnung was. Jäger. Anzug? Die Anzug an? Ich weiß nicht. Ich zerstelle, glaube ich, das Board. Anders. Ha! Ah! Ah! Der lebt noch, ne? Der lebt noch. Hallo? Oder komme ich nicht hin? Ja, komme ich nicht hin! Wales. Wales, gib mir deine Seele. Ach, das ist eine Mafia. Der ist an der Züger. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe es verstanden. Rekord. Kenne ich nicht von Adam. Wenn er andere Fischer tötet, geht das doch nur die und ihn an, oder? Okay. Weiß ich nicht. Wenn du das so sagst, dann ist das wohl so. Mhm. Hallo, Barra. Das geht ab. So, was haben wir denn noch für geile Missionen? Hm? Hm? Da habe ich Bock drauf. Was ist denn da? Was ist da? Gibt mir nett. Oh, oder was? Ah, alles klar. Verstehe ich? Da oben war doch irgendwo so ein Kanalding. Oh. Auch nicht so. Sogar Problem. Ja, mehr Bioenergie und so. Ja, ich bin noch nicht OP. Ich bin noch nicht stark genug für alles. Was habe ich mit anderen Haien? Ich meine, klar, im Sumpf sind keine Hai. Das ist mir klar. Ja. Ich habe wieder was gelernt. Megalodon, Junge. Megalodon. Da habe ich Bock drauf. Ah! Scheiße. Ah! Kommt ihr denn raus? Alter. Nee, schnell raus. Bruder, ich komme wieder raus. Ah! Ach, komm! Mann, oh. Ich bin hier gefangen für immer. Mit dem Tümpel hier. Weil ich so schlecht bin. Ah! Jetzt sind wir dran. Alles klar. Alles klar. Okay. Leute, das war es schon mit der FID die Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr alle so gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne was in die Kommentarbox. Und dann sehen wir uns morgen mit der Forest. 14 Uhr. Neues Video von mir. Euren geliebten Kördewi. Macht's gut. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch.